Love Island Beauty Andrina Santoro wieder vergeben Andrina Santoro, 30, könnte wohl kaum glücklicher sein. Die ehemalige Schweizer Bachelorette wollte 2021 bei Love Island die große Liebe finden. Sie verstarnt sich ziemlich gut mit Martin Fusi, doch letztendlich reichten die Gefühle nicht aus, die beiden gingen nach den Dreharbeiten getrennte Wege. Nach der kurzen Romanze wurde ihr eine Liaison mit Mischa Meier, 30, nachgesagt. Die beiden dementierten die Gerüchte aber direkt. Nun überrascht Andrina ihre Community jedoch mit tollen News, sie ist wieder vergeben. Auf Instagram postierte die 29-Jährige ihren Jahresrückblick. Eine Sequenz des Videos sorgt dabei für besonders viel Aufmerksamkeit. Denn, Andrina knutscht in dem Clip mit einem Mann. Mein 2022. Und Leute, ihr habt nichts verpasst. Ich möchte nur mein Liebesleben nicht an die große Glocke hängen. Aber ja, ich bin glücklich vergeben. Schrieb die Beauty dazu, und bestätigte damit, dass sie wieder in festen Händen ist. Um wen es sich bei ihrem neuen Partner handelt, gab sie aber nicht Preis. Die Fans und Promi-Kollegen freuten sich natürlich total über das Liebes-Outing, und drückten das auch in der Kommentarspalte unter dem Post aus. Endlich! 2022 Happy End, jubelte beispielsweise die Reelle-DTV-Bekanntheit Melissa D'Amelia, 27. Und auch die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin Christina Gras, 34, scheint ihr die neue Liebe zu gönnen, wie schön! 2022 Happy End, jubelte beispielsweise die Reelle-DTV-Bekanntheit Melissa D'Amelia, 27.